Und da haben sich letztes Jahr schön die Zehn ausgebissen. Sehr gute Aktion von Dembélé. Nach Messi Konterangriff. Juve nicht so geordnet, wie man das verstellt. Aber trotzdem in Überzahl muss man besser verteidigen. So hat es Doppelpass mit Messi. Und wir haben über Geld gesprochen. Ich rede jetzt einfach über Messi. Wieder ein typischer Messi. Erfolgreich wie selten zum Saisonbeginn in den letzten Jahren. Er trifft, wenn er aufs Tor kommt, der Ball trifft eigentlich die ganze Zeit. Letztes Wochenende drei Tore in der Meisterschaft. Und heute das wichtige 1 zu 0 gegen Jürgen.